Ist das doch irgendwelche Fragen? Stimmt es, dass der Eurofighter bei Minusgraden nicht starten kann? Selbstverständlich kann er starten. Nur fliehen kann er nicht. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat das gestellt? Der XXX Lutz räumt bis minus 50%. Das kann jeder bezahlen. Super.